Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis